Mein Name ist Werner Preusker, ich bin der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft PFC und Umwelt AG4DU. Wir haben ungefähr 60 Unternehmen als Mitglied und wir führen ein Wiki ein, weil wir das Wissen, was in unserer Branche über PFC vorhanden ist, allen Kollegen zugänglich machen wollen. Wir sind diesen Sommer gestartet, wir haben im November etwa 147 Teilnehmer gehabt, die sich am Wiki beteiligt haben und wir sehen darin ein wichtiges Tool, unsere Branche, unser Wissen zur Verfügung zu stellen und damit aber auch unserem Verein eben mehr Mitglieder zu geben. Vor allem hat Cybermedia uns geholfen, das Wiki einzurichten, das Design zu entwickeln, sodass es eben auch optisch ansprechend ist und nicht eine holle Ablage, die man nicht angucken mag. Der Mensch ist ein Augentier, man möchte sich gerne in einem schönen Büro bewegen, und man möchte gerne auch in einer digitalen, schönen Welt arbeiten. Wir haben einen guten Anfangserfolg, aber wir sind noch auf der Hürde, vor der Hürde, kurz dahinter. Das hat noch nicht richtig Fahrt aufgenommen. Wir müssen da auch noch arbeiten, die Menschen zu motivieren, Texte einzugeben, Dokumente einzugeben und es auch noch weiter stark zu nutzen, aber wir sind da zuversichtlich. Wer von Ihnen war noch nie auf Wikipedia? Jeder von Ihnen hat den Wert von Wikipedia längst verstanden und nutzt das wie selbstverständlich, als das Lexikon. Da hat keiner mehr ein Mayas-Lexikon oder Encyclopedia in Britannica zu Hause stehen. Die Leute gucken im Internet nach. Diese Situation müssen Sie im Unternehmen schaffen. Dann wird Ihr Wiki erfolgreich sein.